Hey Leute und willkommen zurück zu Minioningers. Beim letzten Mal haben wir, ja was haben wir da gemacht? Wir sind dem weiter dem Pfad gefolgt, haben ein seltsames Gebräu getrunken und uns war kurz übel anscheinend. Und ja, heute geht's wieder weiter auf den Schneefaden zusammen mit Kaolinator. Genau. Und ja, gleich mal wieder eine Pflanze mitnehmen. Eine Gesenwurzel. Yum, yum, yum. Ähm, was haben wir denn oben? Warum gibt es hier denn einen... Ist das als Weg dargestellt? Ja, ist es. Aber hier ist nichts. Warum macht ihr hier komische Wege, wenn da nichts ist? Es macht keinen Sinn. Okay, und da unten... Ach du Schande. Ach du Schande. Das sind mal eine Menge. Warte, wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Schwerträger. Na dann, ultimative Schuenex. Wurde ich sagen. Ja, klingt gut. Schuenexion ist cool. Okay, wir stellen uns hier oben drauf. So, machen so. Oh, wir wurden anscheinend schon gesehen. Oh, das ist mir egal. Okay, damit wäre nur noch einer übrig. Erwischen wir den so? Nein, der muss sich anvisieren. Und er steht tapfer ganz alleine vor dem Tor. Ähm. Ähm, könntest du bitte... Dankeschön. Damit wäre auch er draufgegangen. Und jetzt schalten wir noch schnell die Pogenschützen aus. So, treffe ich ihn damit? Nö. Treffe ich ihn damit? Ja, ha! Nein, du schießt nicht auf mich! Oh, ich hab gar nicht auf mich... Ich hab schon gar nicht getroffen. Aber du musst doch treffen. Treffer. Okay, gut. Warum auch immer sammle ich wieder die Erfahrung rein. Oh, und ich hör den großen Schrein. Also, Futo. Stell mal das Tor auf. Hör auf zu schreien. Ich komm ja schon. Oh, es ist ein großer Roter. Nein. Okay, andere Taktik. Hiro, Mitoriknagel. Geht er drauf davon? Oh, er ist durch ne Meteoritenhage draufgegangen. Oh, das ist geil. Das ist krass. Aber ich glaub, das war auch... Also, ein komplett ausgeklungener Meteoritenhage, der da nötig war. Warum nehme ich die Erfahrung mit? Ich brauch sie nicht. Mitorikn, hör auf damit. Diese Erfahrung ist nicht schlecht. Ja, ich hab doch schon das Maximale Level. Jo, trotzdem. Brauch ich doch gar nicht mehr. Blaue Erfahrung vielleicht, damit ich mein Mana wieder her... Ma... Mein Key wieder herstelle. Hey, sehr gut. Aber sonst brauch ich das nicht. Rote brauch ich momentan auch nicht, weil ich diese Spezialmuskorn benutze. Die könnte ich eigentlich mal öfter benutzen, ne? Ja, sch... Irgendwas, was nach Safepoint riecht. Moment. Ich hör etwas, was nach... Ähm... Ja, das ist auch wieder sehr logisch. Ja, das ist die Repkin-Logik, weißt du? Ah, die Welt geht's hier weiter. Und damit ist das Level abgeschlossen. Ich würd sagen, wir gehen aber auch noch ins nächste rein. So ein vierminütiger Part ist doof. Ja, das ist wirklich blöd, aber den Partner haben wir eh nichts voll hier. Richtig. Man soll uns ja nicht nachsagen, wir würden nur halbe Sachen machen, ne? Richtig. Ja, das ist wirklich blöd, aber das ist wirklich blöd. Ja, das ist wirklich blöd, aber das ist wirklich blöd, aber das ist wirklich blöd. Cool. Das gefällt mir. Speer von Ashida. Ja, wenn wir hier bei Ashidas, äh, Dings gedöhnt sind, dann ist das natürlich, äh, verständlich. Und ich glaub, hier sollen wir runter sliden. Das machen wir auch so gleich. Aber ich geh noch mal ein bisschen weiter hoch, damit wir noch mehr sliden. Okay, dann sliden wir mal. Slidest du jetzt mal bitte? Slide gefälligst. Danke. Oh yeah. Sliden ist cool. Sliden. Achso, ich weiß auch wieder, warum wir sliden müssen. Weil diese Brücke ja eben kaputt gegangen ist. Das heißt, wir müssen über diese Brücke rübersliden. Und wir haben es nicht geschafft. Ja. Ich hätte fast, äh, schaden müssen. Das klingt passiv. Okay, noch einmal. Ich nehm noch mal den Schwer von Ashida. Ach ja, und ich glaub, ich sollte auch noch mal gucken, wie ist denn das mit dem Zauber, der uns fehlt. Sagst du uns, hier ist noch irgendwo ein Zauber? Oder ist hier keiner mehr? Oh, hier ist keiner mehr. Schade, ich bin traurig. Ähm. Gut, dann sliden wir. Let's slide. Das wäre auch mal ein cooler Titel. Let's slide Mini-Ninjas. Untertitel mache ich dann wahrscheinlich, wenn ich dran denke. Ha, ha, ha. Wir haben es geschafft. Mit ein paar kleinen Problemen. Aber wir haben es geschafft. Raus aus deinem Hut. Töten. Alles umbringen. Blutrünstiges Gebäuchel. Na gut. Noch die beiden hier. Die beiden Heinis. Dann haben wir das geschafft. Okay. Ha, ha. Ihr da drüben kommt nicht zu mir rüber. Ha, ha. So, die Erfahrung nehme ich jetzt nicht mit. Ich brauche sie doch gar nicht. Und das Tor hier ist sogar, äh, bereit für uns. Gut. Dann würde ich sagen. Rein da. Ach, das ist gar kein... Das ist nur so ein... Ein, ein, ein Gedingenst... Ein Gedingenstes Lager. So, das ist auch in der sehr intelligente Ausstellung. Ein Gedingenstes Lager. Ein, ein, ein Bemauert... Äh, ein Bemauertes. Ein Bemauertes. Ich glaube, es ist immer noch nicht Zeit, Zeit, dass ich den, äh, meinen Headliner von meinem Kanal wegnehme. Ich glaube, das funktioniert immer noch. Äh, äh, befestigt das so mit Mauer. Ja, das klingt schon besser. Was für ein Wochenfindungsschwierigkeiten ich hier habe. Es ist unglaublich. Okay. Ah, Fettsack gegen Fettsack. Welcher Fettsack gewinnt wohl? Ja, ne, 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 ne. Uh, wie ich kaum noch Leben habe. So. Komm, ich kriege ihn. Boomin, ja, face. Ja, face. Okay. Okay. Und? Und? Komm schon. Ah. Ah. Und er ist sowas von da. Oh, dann sind wir noch Bogenschütze. Ich mag euch nicht. Ihr, ihr hasst mich. Bleibt mal alle hier. Mann, jetzt kann ich mir nur drei anvisieren. Das ist, äh, schade. Der Rest will ich hier gerade abhauen. Nein, ihr bleibt schön hier. Ihr könnt maledeiten Bogenschütze. Was? Aha. Aha, Tiger-Lidien. Aha! Äh, gut, die normale Erfahrung brauch ich nicht. Ich bin mir zu eitel dafür. Okay, Zelte kaputt machen. Yay. Oh, das mache ich auch gerne. Zelte kaputt machen. Yay. Denn Geld ist immer gut. wir leben in einer kapitalistisch ausgelegten Welt also das war auch schon im alten ist Japan ich würde sagen das ist das Voltaus Japan also ein fiktives Voltaus Japan ich glaube nicht dass sie damals also so klein war und so große Köpfe hatten aber man weiß es nicht vielleicht haben sie es versucht in den Geschichtsbücher zu verdrängen okay kaputt so und wir haben wieder eine Menge Geld und ein blaues Blütenblatt haben wir auch noch, oh da sind noch mehr Zelte dann müsst ihr durch wir sind sowieso schon ziemlich schnell was die Parts angeht, ich hatte jetzt mal bei ein paar anderen Let's Playern die wir nie in den Schuss Let's Play haben geguckt und das war zur Zeit von Part 32 und wir sind recht schnell ja das ist doch gut aber ich meine bei so einem Pro Let's Player wie dir he 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 wenn man dir mal ein bisschen schmeicheln darf ah ich dachte das liegt alles schon an meinen Skills, ich habe überragende Skills ja ja äh na gut Spaß beiseite ähm ich nehme mal den Eissturm, weil wir müssen wieder einen von diesen absolut nervigen Portal öffner öffnen nachmachen und dazu ist natürlich der Eissturm sehr praktisch so würde man mir bitte mal die Option geben, dass ich dagegen wirke ja das ist ein bisschen laggy, buggy, whatever ah toll jetzt habe ich doch wahrscheinlich die Zeit und nein die unterbrechen mich na toll ich renne jetzt immer hier umher und jetzt seid ihr wieder alle eingefroren und jetzt muss ich mich beeilen ah beeilung oh der ist platt gemacht und da ist noch ein Speer von Aschida MEINER danke mmmm Pflanzen so PANDA ich mag die Pandas ja die sind cool die sind so Panda mäßig generell auch die ganzen Tiere sind echt cool in dem Spiel ich finds auch geil, dass die immer zu den Pflanzen hingehen ja der Panda setzt sich neben die Petersilie, die ich jetzt einfach eiskalt wegklaue und alles wackelt durch den Pokalenausbruch unerträglich Treppe zum oberen Schloss also gehts hier doch zu dem Schloss so Heiltrank und weiter geht das dann kanns ja auch nicht mehr lang dauern ne? äh nein das ist allerdings wahr noch ein Bergfeuer äh ich glaub wir machen dann ja 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 äh ein von 3 Gizu Statuen ich wette ich hab schon welche verpasst so bei meinem Glück ähm ja ich mein wenn man die eh nur sammeln kann aufgrund des Sammels wegen ja wobei ich überleg grad es könnte auch sein ob das die Gizu Statuen einem den achso nein äh fail von mir aus wir haben alle Zauber die es gibt yay Leute wir haben alle Zauber die es gibt fällt mir auf oooi cool ich dachte grad man kriegt den letzten dann vielleicht durch die Gizu Statuen dem ist aber nicht so und wir haben wieder Level abgeschlossen wir haben 4 von 4 Tieren gefreut wie ich schon sagte war diese Statue die letzte uns fehlen 2 das ist egal wir haben fast alles Geld wir haben fast alle Pflanzen und es gab keine Zauber das mach ich mach mich froh weil wir haben ja alle okay ähm ja noch 2 Minuten aber trotzdem ich würde sagen liebe Leute das passt grad so schön ähm so das war's für heute von Minion Just wohl auch das letzte Mal mit dem lieben Kauli ja das Projekt dauert ja leider nicht mehr lang nee oh mag das Projekt aber ähm ähm ja ja nach dem Projekt werden weitere kommen und da freu ich mich auch schon bei dir Rapkin und äh ja hast du noch was zu sagen ja äh ich äh freue mich dass ich dabei sein durfte ich hoffe allen haben diese 3 Parts jetzt gefallen äh mir auf jeden Fall bin auch schon gespannt wie die geworden sind ich bin ja jetzt hier blind dabei gewesen leider ähm ja aber sonst würde ich sagen äh bleibt dran schreibt Rapkin Kommentare schaut seine Videos und äh ja wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder ja klar und ne hier weißt du wüsste Bescheid so hoffen wir es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal wenn ich alleine euch wieder begrüße bei Minion Just bis dann